Musik Hola, meine Lieben! Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe wieder einen Look für euch geschminkt, der, den ich gerade trage natürlich. Und ich habe das ja schon mal in meinen 33 Fakten über mich erwähnt. Und zwar gehe ich gerne Salsa tanzen. Und da ich heute mal wieder ein bisschen die Hüften schwingen werde, habe ich mir gedacht, ich zeige euch doch einfach mal, wie ich mich denn so dafür fertig mache. Und habe euch eigentlich ein gesamtes Get Ready With Me gedreht. Mit Haaren und mein Outfit werde ich euch auch noch vorführen. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht mal ganz interessant für euch zu sehen, wie das so ist auf Salsa Partys. Aber ehrlich gesagt ist es gar nicht so viel anders, als wenn ich mich normal, also in Anführungsstrichen normal, fertig machen würde. Das ist jetzt auch kein besonders irgendwie Latino-mäßiger Look, den ich hier geschminkt habe. Einfach das, auf was ich Lust hatte. Und ja, bevor ich jetzt weiter drum rumlabere, würde ich sagen, wir legen einfach gleich los. Und wenn es euch gefällt, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da und abonniert mich. Bis bald! Das identification ist schon colocast. Das ist alles hockszumив und perturbiert. Das ist's you. D town Abend es cherche schön. undred- avenues. Dắt im Sparks von Unter trumpetets. Aber da bin ich heute hier noch jemand echt schönquitzt bis jetzt schon an der Kann. Und dannPeople bauen euch immer wieder gerne wir damit machen Jahre ID' Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.